Was ist die Glanzwischpflege und was macht sie so besonders? Jetzt hier in diesem Video. Herzlich Willkommen hier bei uns im Wischmob-Shop. Heute möchte ich Ihnen mal gerne die Glanzwischpflege ganz herzlich. Die Glanzwischpflege hat in ihrer Reinigungsflüssigkeit noch einzelne Polymere. Das bedeutet also, wenn Sie eine Oberfläche hochglänzend bekommen wollen, können Sie mit diesem Produkt arbeiten. Wie der Name schon sagt, Glanzwischpflege. Sie wischen also im Wischwasser und wenn Sie zum Beispiel eine stumpfe alte Marmorbank haben, zum Beispiel auf der Terrasse oder so, wo dann zum Beispiel eine 30 Jahre alte Marmorplatte liegt, die nicht mehr glänzt, gehen Sie mal mit dem Lappen unverdünftig Glanzwischpflege drüber. Sie werden sich wundern, die sieht wieder aus wie neu. Natürlich im Hausbereich, mit Hochglanzfliegen, Wiesenhub, kann ich hier auch wieder richtig schön Glanz drauf bringen. Aber natürlich auch auf allen anderen Produkten, also auf allen anderen Oberflächen, auf Fliesen-Kunststoffböden und auf versiegelten Holzböden zum Beispiel auch. Glanzwischpflege trägt einen Schutzfilm auf, der zusätzlich noch glänzt und riecht gut. Ein wirklich super Produkt von uns, kann ich Ihnen nur empfehlen. Viel Spaß beim Weiter-Shoppen.